BAM 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 BAAA Ich seh noch nichts, aber ihr vielleicht... Ah, Neo-Fewy! Ja, vielleicht erkennt ihr es schon! Erkennt ihr es? Es ist der... Polizist! Der heftigste Polizist auf der Welt! Wir spielen COG-Fewy! Wow! Es gibt zwei Knöpfe! Left Attack, Right Attack, Insert Coin! Ähm, wo steck ich denn jetzt ein Coin rein? Coin! Irgendwas hab ich getroffen! Mal schauen, was jetzt passiert, wenn wir... Wuh! BAM! Wuh! 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 Okay! Hinten ist... Trizera-Kopf! Wuh! Bonus! Wuh! Kombo! Wuh! Ein harter Nazi! Wuh! Splattert! Mit der Macht des Gong-Fewy, man! Hau ab, du blonde Bitch! Ah, sie hat uns getreten! Ah! Miss! Oh Gott! Wir haben nicht so viel... Oh! Oh Gott! Das ist doch schlecht! Oh, es gibt gar das Spiel umsonst! Sonst hätte ich das sowas... Nein! 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 Wir sind tot! Oh! Fuck! Kf! Als ob... Als ob jemand so viele Punkte hätte! New Personal Pass! 1630! Wuh! Äh! Remove Ads! Wo ist die Werbung? Restore Purchase? Oder hinten ist... Ja! Komm! Lass uns loslegen! So! Ähm! Eins! Zwei! Drei! Vier! Zwei! Zwei! Die haben da nebengehauen! Uh! Die haben den Kopf geschossen! Nein! Okay! Der blonde braucht immer zwei Hiebe! Ah! Nein! Die fickt meine... Oh! Kombo. So oft wurde ich getroffen. Boah, wir haben das einfach am Punkt gemacht. Bittig. So, nächste Runde. Komm. Ähm. Ernsthaft? Werbung? Das ist mal richtig schlechte Werbung. In einem Spiel. Okay. Aber ich kann doch jetzt kein Video machen, wo es nur drei Minuten geht. Und dann läuft hier irgendeine Werbung von irgendeinem anderen Spiel. Ah. Sanken Secrets im Magical Sim Island. Äh, da kann ich es wegklicken. Okay. Komm. Noch eine Runde Kong Fury hier. Das ist ja doof, dass das echt nur so kurz geht. Bam. Boom. Bam. Let's do it. Nein. Ich habe nicht hingeguckt. Ich habe einfach gedrückt auf, äh, ich hatte meinen Kong Fury Führerkräfte benutzen wollen. Wuhu. Oh, die Bitch weicht auch immer aus. Oh, voll durchgemetzelt durch die Bitch rein. Oh, die wurden jetzt einmal getroffen. Oh, die Bitch hat uns erwischt. Oh, die Bitch hat uns erwischt. Klatsch dich durch die Wahn. Oh, komm her, du blonde Stück. Reicht dir deine Haare raus. Bis du schmeckst wie eine kleine Laus. Oh, die Blonden gehen wir echt auf den Sack hier. Oh, das ist ja härter als Icehack, das Spiel hier. Das ist so schlecht. Nein. Von so einem kleinen Fußsoldaten gehauen worden. Nein. Okay. Wenn ich jetzt draufklicke, dann kommt wieder Werbung. Das ist voll blöde. Ähm. Und aus dem 5 Minuten Video will ich mich auch nicht so richtig verabschieden. Wir sehen uns... Sofort wieder. Werbung ist ja noch richtig schlecht. So, Kong Fury schließen wir mal. Ähm. Ihr habt wahrscheinlich gerade ein schwarzes Bild oder Standby oder so ein Zeug. Ich starte jetzt mal... Das hier. Super dangerous Dungeons. Eigentlich wollt ihr ja für ein eigenes Video machen. Oh, die Musik ist schon mal sehr viel schöner. Das Spiel ist doch wesentlich hübscher. Ähm. Legend sagen, da ist ein großes Schatz deep within. Es ist der beste Schatz oder ein Schatzhunter in der Welt. Ich werde es finden. Okay, irgendwo hier ganz tief drin in der Höhle soll ein Schatz sein. Wuhu. Super dangerous. Dangerous Dungeons. Okay. Wir haben hier Knöpfe und einen Hippieknob. Wuhu. Das ist jetzt mal komplett das Gegenteil zu dem, ähm, Trash-Emen. Wuhu. Blum, 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 blum. Boink, boink. Ah. Die Tür geht auf magische Weise auf, wenn wir einen Schlüssel einsammeln. Oh, mit Ruhe. Äh, Kiste. Boah, die können wir schieben. Boah, die müssen wir sogar schieben, um hier rüber zu gucken. Boah, heftig das Rätsel gelöst. Mann, sind wir Füchse. Füchse sind ja auch keine Rudeltiere. Woher hatte ich das jetzt? Ah, ich glaube, ich weiß. Du, 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 Pace. Ich weiß gar nicht, ich habe meine Hand wahrscheinlich gerade weggeschnitten. Oh, oh. Ah, ich dachte, das wäre eine Leiter. Boah. Voll den Schalter weggetackelt. Budget ist. Such. Was haben wir hier? Pieksenadeln. Von dem wir uns nicht pieksen lassen. Okay, das Spiel ist auch sehr unspektakulär, muss ich sagen. Und ich glaube, mehr habe ich gar nicht vor. Doch, eins müsste ich noch drauf haben. Aber ich glaube, das stopfe ich nicht mehr in das Video. Wobei, wo weit? Oh, wir sind erst gut. Ah, nein. Okay, das Spiel rockt mich so überhaupt nicht an. So, ihr habt noch mal kurz schwarzes Bild. Und ich scrolle hier mal nochmal durch. Ja, PewDiePie, Little Bro. Das haben wir. Und dann habe ich noch hier das. Oh, hochkant. Mal schauen, wie das jetzt aussieht. Dash Quest. Machen wir ein neues Spiel ganz rechts. Uiuiui. Tap to save the Kingdom. Natürlich, in Unterhose. Uh, Hero Guide. Oh, was machen wir jetzt mit rechts? Boah. Boah. Wir können defenden. Wir können hauen. Okay. level up your mana and mp. You earn two skill points. You can now choose some skills. Okay. Wir haben drei Punkte. Wir können jetzt... Ja, da sind wir mit Bild durch hingucken und da seid ihr. Das ist gerade ein bisschen komisch. Okay, kriegen wir alles hin. Ähm... Padding. Increase Defense. So, erstmal die Defense hoch. Weil wir schon keine... keine Hose tragen. Stimmt lange. Ihr Pfeil-Goblins. Fickt euch. Uh, wer bist du denn? Hero. I hope you better than me. Please, take this. Fünf Bomben. Woo. Yay. Bock die Scheiße hart. Woohoo. Ich schlachte euch, bitches. Ich schlachte euch, bitches. Oh. Looks to be a page out of a magic spellbook. Pum, pum, pum. Found magic missile spell. Boom. Fickt euch alle. Ich mach euch alle kalt. Ich bin gleich tot. Das ist nicht cool. Bossen hier. Ähm, dann gehen wir nochmal hier ins Skill. Ja, Increased Bonus Item Rare Chance. Increased HP. Oh, so, you must be the one my gobs have told me about. Du bist also der Wicht, von dem mir meine Goblin zu teht haben. Eeeeh. So. Okay, let's see what you got, little guy. Do your rest. Fick dich. Fick dich. Nein. Ähm, would you like to watch a video to be rewinded? Ey. Ich find das voll doof, dass die jetzt immer so Werbung in die Spiele einbauen, um weiterzuspielen. Leveling up increases your HP and money. You can now buy potions and all those fun items. Speisige items kaufen. Woo! Äh, you can now buy new weapons and get powerful gear. Okay. Klicken wir mal hier auf das Waffensymbol. Das Spiel ist schon ein bisschen mehr, was wir heute ein bisschen länger spielen können. Vielleicht noch. Okay, wie viel Geld haben wir denn? Ein bisschen was. Das können wir nicht kaufen. Das auch nicht. Dann würde ich das kaufen wollen, aber dafür reicht das Geld noch nicht. Potions will ich auch noch nicht. Was haben wir hier? Goldshop. Ne, ist da. So, wir versuchen es einfach nochmal. Goblin Hills. Jetzt ist mir ein bisschen besser, was zu tun ist. Jetzt haben wir auch ein bisschen mehr drauf. Ich gröne die Bitche jetzt einfach voll mit einem Zauber. Okay, das ist schon mal ein guter Durchlauf. So, Zauber aufladen. Bitches Quillen. So, das, das, das. Ah! Stirb, du Ratte! Du Autor, du Autor. So, das. Bam, bam, bam. Boah, es ist mir. Okay, wir haben diesmal auch ein bisschen mehr HP. Aber diesmal haben wir mal keine Bomben gefunden. Level Up! Das nehme ich noch mit. Was haben wir hier noch? Äh, Increase Item Storage bei 5. Increase Intelligence bei 1. Defense hoch. Increase Speed bei... Nein. Speed bloß nicht erhöhen. Ähm. Defense aber hoch. Oh. Boop, 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 boop. Boop, boop, boop. Boop, boop, boop. Na fack. Nein! Okay, keine Skillpunkte mehr. Ich hab voll das scheiß Timing. So. Boom! So, das war schon mal einmal. Ich geh da rüber. Diese Runde läuft besser. Autsch! Nein, ich will kein Video gucken. Okay, nur mal. Du kannst dich jetzt hören. Pläst mit Magik und mehr. Quests sind jetzt verfügbar. Quests sind jetzt verfügbar. Oh, das kann ich wieder aussprengen. Komplizieren, um extra Loot zu erhalten. Oh! Daher krieg ich Gold. Wo krieg ich jetzt Quests? Wii Ui gibt es viele Gegner. Skills? Nein. Oh, Pets! Süß! Scary! Pets sind jetzt verfügbar. Die helfen mir dann im Kampf. Okay, und wo habe ich jetzt die Quests? Statistics. Ascenarium. Achievements. Flayer Quest. Töte 10 Monster. Die 10 Monster kriegen wir getötet. Laufen wir hier weiter in unserer Unterhose über die Goblinfelder. Okay, jetzt ist der Thron weg, warum auch immer. Da ist er wieder. Jetzt ist er wieder weg. Weshalb aber, wenn ich gerade auch nicht auf den Mund darüber bin, sonst werde ich hier wieder von einem Goblinz hart vergewaltigt oder Schlangen. Ja. Kalt gemacht. Oh, das Bild wird irgendwie nicht übertragen gerade. Oder? Habt ihr Rückgleich wahrscheinlich? Ich hoffe nicht. Ah! Geht weg! Einmal nicht hingeguckt schon und ist hier vor mir alles voll mit Monstern. Ich hasse euch! So. Bosnier. Nein! Ich hasse ihn! So. Jetzt sitzt er wieder auf seinem Arsch und das Bild ist eingefroren. Natürlich. Na, fick dich. Fetty. Na? So. Ah, wieso ist der Thron schon wieder weg? Stirb, du dreckiger Sack. Ich kann so schnell gar nicht hintereinander blocken, wie er mich angreifen will. Das geht überhaupt nicht. Er kommt rüber dann und behaupte mich. Die blöde Sau. Uh, enjoying. Nein, ich würde dich nicht raten. Quest Complete. Eine Bombe erhalten. Toll. Eine Bonus-Item. Ah, toll. Ja. Ihr seht jetzt höchst vermutlich Werbung, was voll scheiß ist. Und ich verabschiede mich aus diesem kleinen Mobile-Game-Special. Und hoffe, es hat euch gefallen. Ich muss mir auch gewöhnen, da hinzugucken, wo ich zu sehen bin. Und hoffe, es hat euch heute gefallen. Und welches Spiel euch am besten gefallen hat? Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben. Was haltet ihr von Coincereion? Habt ihr diesen lustigen Trash-YouTube-Film gesehen? Wenn ja, lasst mir mal ein Däumchen da. Oder schreibt es mir in die Kommentare, was ihr allgemein von dem Film haltet. Und ob ihr es realistisch findet, wenn man mit einer Pistole durch ein Telefonheurer schießt und diese Kugeln auf der anderen Seite rauskommt. Das. Und ob ihr andere Sachen realistisch findet, schreibt es mir in die Kommentare. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Mal schauen, was dann kommt. Ich danke euch. Bis zur nächsten Runde. Ciao. Ich muss aufhören, da hinzugucken. Ciao.